Sag mal, Tommy, weißt du eigentlich, dass sich neun von zehn Menschen da draußen gerne töten würden? Die würden das natürlich nie selber machen, aber sie denken, es ist eine Bestimmung. Und weil sie dich nicht kennen, trinken sie, sodass du weniger wert wärst als ein Hund oder eine Katze. Als ob du keine Gefühle hättest, bloß weil sie dich ein Nutztier nennen. Und alles nur, weil sie nicht wissen, was sie sonst essen sollen. Warum die sich nicht einfach die veganen Start-App runterladen und sich in Ruhe lassen? Okay, ich hab keine Ahnung. Weißt du?